Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute sehe ich euch die neue SPC süßes oder saures. Es gibt ein Prime Gemische Spielerset, also gar nicht mal so schlechtes Pack. Ist jetzt auch nicht das Beste, aber es gibt auf jeden Fall ein Pack, was gar nicht mal so schlecht ist. Kurze Empfehlung, ihr könnt das Ganze einfach nachbauen, aber einen ganz kurzen Tipp. Ihr braucht für diese SPC einfach nur eine einzigste Liga und das war's auch schon. Und ihr müsst halt darauf achten, dass hier Liga halt 5 Nationalitäten, also das hier 5 Nationalitäten mindestens im Team habt, aber das ist ja sehr einfach, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt 8 Stück sogar rein. Ihr könnt entweder das, wie gesagt, nachbauen, habt ihr genug Chemie, ihr werdet zwar nicht auf 92, so wie ich komme, aber ihr werdet auf 81 kommen, heißt es reicht auf jeden Fall auch noch aus. Und ja. Gleich nach der SPC werde ich auch noch mal kurz das Pack zeigen, dann könnt ihr sehen, wie gut das Pack jetzt über mir ist, hatte ja aber nichts insgesamt zu sagen, aber da könnt ihr es ja trotzdem sehen, wie gut es bei mir war. Und der letzte Spieler noch einmal. Okay, jetzt senden wir das Ganze kurz ab. Was bekommen wir hier, wie gesagt, wir kommen jetzt jetzt das Pack dann. Geh mal kurz hier unter den Shop rein und öffnen das ganz kurz mal gucken, was hier rauskommt bei mir. Ist ein Pack, sind Bronze, Silber und Goldspieler drin, aber es sind halt auch seltener drin. Also man kann hier was ziehen, muss man aber nicht. Okay, bei mir kam gar nichts. Können trotzdem kurz gucken. Auf hier vielleicht noch was anderes, okay, man sieht es aber, hier sind auf jeden Fall, kommt natürlich drauf an. Wobei er hier wahrscheinlich auch sogar was wert ist, ja, vielleicht 1.000 oder so. Und der bestimmt eventuell auch noch was. Ja, ein bisschen. Aber ich sage, jetzt war es das Video, haut rein und ciao. Danke schön. Ja, es war es.